Wir spielen hier Free-to-Play. Nein, das ist Free-to-Mod. Juhu, er ist tot. Aha. Bist du schon dabei, Blacker? Nein, das noch nicht. Okay. So, Simon kommt bestimmt gleich wieder. Oh, er ist ein Fahrrad. Lass uns ein Fahrrad. Wir sind jetzt aber die andere Richtung gelaufen, ne? Oh, er ist ein Fahrrad. Der Server ningelt rum, dass das Passwort falsch ist, obwohl er mich noch gar nicht über eins gebeten hat. Ja, jetzt ist ein Fahrtwort drin. Voreinstellen. Geben mal Konsole, links nehmt die Einzige Taste wie bei CS. Geben mal ein Passwort, ein Leerzeichen und dann... Wie war das? Ähm... 7, 8, 9, 5, 5, 1. Und damit hat die ganze Welt das Passwort. Ja, der Team-Steak-Server ist folgender. Was ist denn das hier? Das ist ja voll eklig. Ich will hier reinfallen. Guck mal. Das ist ja toll. Da ist er. Oh oh. Ob ich ihn wieder schlagen soll? Oh, das ist ein Leier. Oh mein Gott. Müssen wir vorankommen? Oder wie findest du das? Ja... Das müssen wir. Müssen wir nur vorankommen? Oder gibt's hier auch irgendwo ein anderes... Ja, müssen wir vorankommen. Boah, aber mir auch. Und ich hänge. Ich hänge. Oh fuck. Ne, du hängst nicht. Du warst noch am Boden. Ja, wenn er dich boxt, bist du, bist du stunned irgendwie, aber anscheinend auf ewig. Ich hab ihn gemessert. Ich hab ihn gemessert. Ehrlich? Willst du mich rollen? Oh, Franz. Franz hat ihn abgelenkt und ich hab von hinten gemessert. Das ist cool. So, wir sind jetzt hier zu viert. Das ist der Blacker King. Der sich hier Franz nennt. Was aber auch nicht schlimm ist. Wäre doch noch ein großer. Oh Mann. Ich länge ihn ab. Das ist schön. Nehmen wir mal das N16 hier hinten. Ja, mach das mal. Kannst du mir mal eben. Hm, wie ich das... Oh. Ich hab's totgekloppt. Na ja. Haben wir gerade das Bett runtergehauen? Nein, ich hab's runtergeschossen, weil ich hier in den Hocke. Ich hab den Schuss nicht gehört. Ich hab den Schuss nicht gehört, oder was? Ich hab den Schuss nicht gehört, oder was? Ich hab den Schuss nicht gehört, oder was? Ähm, Blacker, mit Tab machst du dein Inventar übrigens auf. Da kannst du deine Waffen quick selecten. Ja. Ähm, und das musst du jedes Mal machen, wenn du gestorben bist. Ja. Ist quasi ein Permadeath deines Charakters. So. So zu sagen. Wer aufgefallen ist, das Messer ist übel ultra. Ehrlich? Ja. Du musst keine Kettensäger. Wir wollen alles abschließen. Will wir noch in der M16? Hier liegt eins unterm Baum? Ja. Rein gleich durch. Hahaha. Nein. Fräger. Wo war'n der Baum? Ach, der Baum hier oben? Wo war'n der Baum? Naja, ich bin da runter zu dem Baum, weil du gesagt hast, hier unten am Baum. Ich stand direkt daneben. Man könnte da nicht durch. Wann's mir dann noch nicht nachher ist. Juhu. Mann, ey. Du bist mal wieder so begriffsstutzig wie eh und je. Ich kipp dich gleich, Junge. Hahaha. Mach das, dann kick ich dich in der Hand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ist nicht schlimm. Die schlagen hier nur mit dem Kuss zu. Joint hier, hitz hier bald mal, oder Rad? Ist das na ja da? Oh, ich kann doch einfach mein Messer zücken, Mann. Natürlich musst du den befreien. Bei der Zunge wird sie jedenfalls meine. Oh, geil, Sledgehammer. Ja. Ich bin der Sledgehammer. So. Hab' ich mal voll gemacht. Alter, ich muss dich beneiden, du kleine Tusse. Weißt du, mich? Du hältst nen, du hältst nen normalen Zimmerhand, äh, Zimmermannshammer. Mit einer Hand? Mit zwei Händen. Oh. Ist ja blöd. Oh, ich hau jetzt trotzdem auf seinen Kopf ein. Um. Was ist zum Hänger? Oh mein Gott. Hütter uns, hütter uns. Hütter uns, hütter uns. Der hab' ich grad niedergedreht, äh, niedergemäht. Hm. Ähm, versucht mal nicht zu sterben. Also, ein Hammer gegen den Kettensägen-Kettensägen-Typi ist echt kacke. Nein, oder? Ah. Ah. Boah, ich dachte schon. Mein Stumpf! der schwede ist ja schnell glaubt er hat echtes rambo messer ach ja wenn er das nächste mal jemand stirbt versucht mal auf ihn gedrückt zu halten weil da passiert irgendwas also wenn jetzt ich habe jetzt gerade bei break wo auf dem boden lag habe ich mal gedrückt sich die perspektive irgendwie passiert irgendwas aber ich weiß nicht was wenn wir sterben e drücken wenn jemand von tot auf dem boden liegt mal gedrückt halten jetzt wird's elite kommando ja das muss keine bunkel mehr haben wird nicht so lange dauern franz ist schon vorgerannt aber mega das ist ein taktik spiel ich habe hier nämlich eine tolle waffe eine hunting rifle die kann man nachladen das werden die letzten seien nachladen kannst du mit r sofern du moon hast dann so ein magazin hast da liegt das fahrrad oh mein gott habt ihr alles mit den fahrrädern ich will ein fahrrad haben das ist der sogenannte red herring in diesem spiel weißt du das ist ein item was das fahrrad sieht geil aus das hat nicht eine textur doch da war rote polygone ja wenn man diese filme muss heißt wir dürfen uns nicht treiben wir werden in eine andere richtung nennen wir einen x-beliebigen horrorfilm der genau das nicht macht aber wenn das ein richtiger horrorfilm hier wäre dann müssten wir die ganze zeit rückwärts laufen wenn du rückwärts laufen könnt ihr mal aufhören auf endlich vorzurennen sonst renne ich ja mal vor und in den tod halt mal vor ich denke mal schuhe oh meiti schuhe oh wie geil alter und ein rammington ich habe einen zuckenden finger habe ich gerade festgestellt wer hat hier gerade musik an die macht also jungs wenn ihr in räumen rumlauft guckt euch um da liegt entweder waffen oder sogar munition rum ja wo seid ihr denn nun schon wieder ihr beiden weg 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 er lauft mal wieder sinnlos nach vorne ohne auch eine ansatzweise irgend aber das ist ja so ist für mich hier raus selber in april ich verkloppt gerade zum zundieb franz ist gleich tot franz wait for me ich werde dich rächen Was ist das hier für eine Psycho-Mucke, hörte die? Ah, wer jetzt hier wehmanns macht. Hallo, wo seid ihr schon wieder? Seid ihr wieder vorgegangen? Sag mal, was hast du für eine Orientierung, Mann? Gar keine? Ey, was heißt hier? Ich suche euch die ganze Zeit, ihr rennt ja nur von mir weg. Lass mich raten, du bist immer noch im Haus? Natürlich. Alter. Da wird das Gefühl, wir kommen ja nicht lang. Könnte mich mal jemand abholen, komm. Hier, du musst an den Rändern entlang gehen. Immer an der Wand lang. Ich bin doch aber schon zum Ausgang dann gelaufen, da wo die Musik immer lauter wird, oder? Oh, hier ist einer. Komm mit, du Idiot. Hä, da sind wir doch auch mal hergekommen. Nein. Da müssen wir ja warten, Franz. Achso, gut. Ey, weißt du, was? Ich muss ja mal jetzt... Nein. Eine Badewanne. Was war das denn? So, da war ich auch schon drin. So, wo bist du denn jetzt schon wieder hin, Mann? Du sollst nirgendwo reinloben. Guck einfach, wo ich langlobe und lobe mir da. Ich bin nirgendwo reingelaufen. Du warst auf einmal weg, als ich nur an die Tür reingeguckt habe. So. Jetzt lauf. So, ich versuche jetzt noch nicht zu sterben, ich will doch am besten mal meinen Kompfhörerlaut ansteigen. Hä, Moment. Hä, Moment. Ich geh jetzt einfach dahin, wo die Musik herkommt. So. Hier war ich schon mal. Dann bin ich ja hoch und es war keiner von euch da. Na, du bist im Ausgang gelaufen. Deine. Deswegen finde ich jetzt den weiteren Weg, oder nicht? Oh. Hey, cool. Schöner Ping. So, jetzt höre ich euch besser. Oh. Pass dich doch. Nice. Ähm, falls jetzt hier irgendwas kommen sollte, ich hab ne Pumpgun in der Hand. Das sind wir wohl noch nicht da. Halt die Klappe. Nein. Und Franz, sagst du? Wenn ihr einfach vorritten, nicht auf mich wartet. Da seid ihr doch. Da sind wir auch. Da sind sie. Wir müssen uns hier irgendwie mal versuchen, uns besser zu verständigen. Was muss ich hier? Duckjumpen? Ach, jetzt. Muss man auch noch rätseln, oder was? Das kann dauern. So. Helps nicht. 150 Jahre später. Wieder so ein Riesenvieh und irgendwelche Betten in der Luft? Bist du schon da vorne, oder was? Das ist nur die Standardprozedur. Hm. Haha. So. Ähm, die Remington werde ich mich auch gleich mal mit ausrüsten. Ich hab jetzt ne Schotte, ne fast halb tolle M19, oder wie die auch immer heißt, und ne Bla Bla Waffe. Ich werd mal hier die Shotgun anbehalten. Also ich hab, ich hab, ne VP70 mit zwei Magazinen. Da ist er mit der Remington. Ja. Du hast gerade einen Roboter. Und was was entgegen? Warte. Könnte nichts. Ach nein. Ich bin ja der Typ mit der Shotgun. Oh geil. Da hinten ist aber so ein kopfes Vieh, was auf uns zu gerannt kam. Boah, versuch mal bei so nem Zombie vorauszusagen, wo der lang rennt, ja? Der nimmt einfach die, die da an der Treppe rumstehen. Ja, da bin ich grad dabei. Boah, der zuckelt aber hier auch nicht. So. Schießt du mir aber doch Shotgun? Das war keine Shotgun, das war ein Jagdgewehr. Bin ich nicht awesome? Ah ja. Ey, jetzt seid ihr schon wieder mit. Ne, wenn man deine Orientierung mal außen vor lässt, vielleicht. Boah. Haha. Geht over here, wie habt ihr das gesagt? Das hab ich ausgesehen gesagt, weil faul auf diesem Dingsdorf ist. Ihr habt gesagt, ich sei faul nicht. So, und du? Ah ja. Hier ist der Plan. So, folgt mir, ich habe einen Plan. Du kannst dir das Ding angucken. Juhu. Wunderschön Autor. Boah, schreck mich nicht so. Hahaha. Für Pach. Junge, Junge. So, wo geht's jetzt weiter? Da. Da lang. Hier oben lang? Ne, hier ist auch falsch. Lass mich mal so sagen, es geht immer genau da weiter, wo du noch nicht warst. Du läufst immer davon weg. Okay. Das ist natürlich toll. Hier ist ein Rätsel. Ein Rätsel? Ah, hier geht's weiter. Ja, aber das ist ein Rätsel. Wenn du hier auch geht, ist es auf diesen Löwen hier. Achso, das ist du, 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 das ist du. Dann passiert irgendwas. Ne? Ähm, ja. Oh, das ist's du ein Rätsel. Ah ist das, der hat sich recht panelists zu verrufen.